Musik 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 Manni, da hinten ist ein Eisbär Ihr habt's Ohne Scherz Ohne Scherz Das ist ein Eisbär Siehst du, da haben wir unsere Eisbären Er ist weg Da war ein Eisbär Er ist gerade verschwunden Jetzt erzähl ich keinen Stoß Da mache ich jetzt ein Highlight drauf Ich hab ein Eisbär gesehen Köni, du hast keinen Eisbär gesehen Du hast wieder gesoffen Da war ein Eisbär, ich schwöre Köni, das war auch beim letzten Mal Der Wölfe gesehen Ja, da waren welche Ich schwöre, da war ein Eisbär Manni, jetzt glaube ich nicht Der Wölfe Das wird auch gerade Ganz kalt Muss man hier irgendwas machen Ich schwöre dir mal Bei Bei mein Panzer Der Wölfe Ey Bruder, ich schwöre auf Gott Ja, da war ein Eisbär Waller Alter Ey, diese Steins hier, ne Bei, bei der Power of Eisbär Alles klar, Eis Schaut erstmal nach Pakistan schießen Geht schon weiter Der Muder ist hinüber Gut, kann nicht mehr leben Da steht er wieder Da steht er wieder Da, da Ganz klar Guck, guck in meinen Stream Da ist er Köni, ich mach jetzt einmal kurz seinen Stream auf Ja, ich bleib stehen Und ich guck dahin Bei meinem Mauspfeil Den du gerade nicht siehst, weil der gerade verschwunden ist Das soll ein Maul, das soll ein Bär sein Ja, das ist ein Eisbär Da Da Zu 100% Ach, er hat ja keinen Schnick Doch, und wenn ich dich da ran fahr Verschwindet er Siehst du Und wenn ich jetzt wieder weg fahr Dann taucht er wieder auf Da Mann, ihr, das spuckt hier Da ist er Weg Und wieder da Warte, ich sag doch Ich spinne nicht Ich kann ja auch gar nicht spinnen So, wieder da So, wieder da Moin Der Tatien der Straße Das muss auch dabei schreiben Manni, warum? Warum gibt es ja nicht keine Straßenschilder? Weil ich mein Pudding immer noch nicht Ich will, dass es eine Güney-Günter-Güntersen-Straße gibt Kann man den Hochschutz umfahren? Ich will die Manfred-Manta-Manni-Straße Guck dir mal diesen Hochschutz an Warte, ich pass da nicht rein So Aber du besteigst ihn, Güney Der ist richtig So, Nutella, be ready Die Dinger sind richtig geil Ne Güney, mein Pudding Wieso? Weil ich gerade nur 7 Liter verbrauch Weißt du ein Rad an? Ja Den kannst du gar nicht an- und ausschalten Oh, selbst im Hochgang Okay, ne jetzt Oh, lol Tschüss, Alter Geschwindigkeit schon Ich komm damit grad nicht klar Manni Oh, 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 oh Ist das schnell Oh, Alter Garza Guck mal Er hat grad die Baugebrenner durch Schuch, was denn, warum steht das Cluster? Das ist jetzt umgekippt. Das Glas war zu Glück leer. Andere Experten hätten ja noch was drinnen gehabt. Die hätten sich den Kaffee über die Tastatur gekippt. Das heißen. Wollen wir mal gucken, ob ich jetzt in den 8. Gang komme hier auf der Geraden. Okay, ich muss hier hoch. Hochgang und kipp ihm! Hier soll eine Straße sein. Ich sehe hier nichts. Da muss ich lang, geradeaus, BAUM!